Das ist halt der Grund, wieso ich überlege, ob ich Feral spielen will in Season of Discovery. Ihr kennt doch die besten Slot-Feral-Waffe. Die besten Slot-Feral-Waffe ist nämlich eine Gnomeregan-Waffe von diesem Mob hier, dieser Meute-Verprügler. Dann ist die beste Waffe, die Feral in Classic Vanilla hat. Und die hat halt drei Aufladungen, die musst du immer wieder farmen. Also wenn du raiden willst als Feral und hart reinblasten, musst du diese Waffe, weiß ich nicht, 30 Mal farmen pro Woche. Das heißt, du musst 100 Mal Gnomeregan laufen, denn die Waffe hat nur 30% Drop-Chance. Aber, pass mal auf, ich hab die Theorie, in Season of Discovery, ja, hab ich die Theorie, es wird doch einen Gnomeregan-Raid geben. Der wurde doch geleakt. Für Level 40 oder Level 50. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Gnomeregan-Raid einen reworked Meute-Verprügler gibt, der nur für Feral-Druiden ist. So eine Art Level 40-Legendary-Waffe. Ja, vielleicht so ein Unique-Epic-Item oder so. Wär ziemlich geil. Ja, das ist meine Theorie. Und deswegen überlebe ich vielleicht einen Feral zu spielen. Für diese Gnomeregan-Legendary-Mäute-Verprügler. Das kann ich mir vorstellen. Weil die haben oftmals, genau, wenn du endlich uses oder so, mit einem Cooldown, das du immer wieder einsetzen kannst. Weil sie haben oftmals, jetzt in Season of Discovery, so Memes mit reingenommen. Und alten Content gut verarbeitet. Von daher wär's ziemlich nice.